Der Narr liest Achimats und die Schuhe von Ephraim Kishon Das ganze Unglück begann damit, dass ich mir amerikanische Schuhe, ihrer Gummisohlen wegen Rubber Soles genannt, kaufen wollte. »Herr Leicht«, sagte ich zum Besitzer meines Schuhgeschäftes am Mograbi Square, »ich möchte ein paar echte Rubber Soles, sämisch, mit amerikanischen Spitzen.« »Einen Augenblick«, sagte Herr Leicht, durchstöberte seine Regale und fand keine. Also schickte er einen Botenjungen in sein Filialgeschäft gegenüber der Hauptpost. »In ein paar Minuten haben Sie Ihre Schuhe«, sagte er und winkte den Jungen heran, einen kleinen Jemeniten von etwa 14 Jahren. »Höre, Achimats«, sagte Herr Leicht langsam und deutlich, »du gehst jetzt in unser Zweiggeschäft gegenüber vom Hauptpostamt und verlangst dort ein paar Rubber Soles, sämisch, amerikanisch, Nummer sieben. Die bringst du her, hast du verstanden?« »Wozu?«, antwortete Achimats. »Na ja«, Herr Leicht wandte sich entschuldigend an mich, »es ist vielleicht besser, wenn wir dem kleinen Schwachkopf einen Schuh mitgeben, sonst bringt er die falsche Größe.« Ich zog meinen linken Schuh aus, den Herr Leicht dem Botenjungen übergab. »Also, Achimats, Rubber Soles, sämisch, amerikanisch, Nummer sieben, wirst du dir das merken? Ja? Dann lauf!« »Herr Leicht«, stammelte Achimats, »ich weiß nicht, wohin ich gehen soll, Herr Leicht. Du weißt doch, wo die Hauptpost ist. Ja, das weiß ich. Also, worauf wartest du noch es eilt?« Nach zwei Stunden und zwanzig Minuten wußten weder Herr Leicht noch ich, worüber wir noch sprechen sollten. Alle gängigen Konversationsthemen vom Wachstum Tel Avivs bis zur herrschenden Tropenhitze hatten wir durch. Endlich wurde die Tür aufgerissen und Achimats trat ein, vollkommen atemlos und mit vollkommen leeren Händen. »Herr Leicht« sprang auf ihn zu. »Wo sind die Schuhe?« »Mit Luftpost abgegangen«, sagte Achimats stolz. Unsere Nachforschungen ergaben schließlich, Achimats war, wie befohlen, direkt aufs Hauptpostamt gerannt und hatte sich dort in die Schlange vor Schalter 4 eingereiht, weil sie die längste war. Er kam nur langsam voran, denn an Schalter 4 werden Einschreiben abgefertigt und ein Bote des Postministeriums hatte 200 mitgebracht. Endlich aber war Achimats an der Reihe. Erlöst schob er dem Beamten die Schachtel mit meinem alten Schuh unter die Nase und sagte brav das auswendig Gelernte auf. »Rubber Souls, Samish, Amerika, Nummer 7.« »Schalter 8«, sagte der Beamte, »bitter weitergehen.« Achimats wechselte zur Schlange vor Schalter 8 und wiederholte sein Sprüchlein. »Rubber Souls, Samish, Amerika, Nummer 7.« »Du hast keinen Brief«, sagte der Beamte. »Das ist dein Paket.« »Macht nichts«, sagte Achimats. »Herr Leicht will es so.« »Na schön.« Der Beamte zuckte die Schultern und legte die Schachtel auf die Waage. »Das wird ein Vermögen kosten.« »Wohin soll's gehen?« »Rubber Souls, Samish, Amerika, Nummer 7.« »Macht nach Amerika drei Pfund und zehn Piaster«, sagte der Beamte. »Mit Eilzustellung?« »Warum Eil?« »Ist es eilig.« »Sehr eilig.« »Macht 58 Piaster mehr.« »Hast du so viel Geld bei dir, Junge?« »Ich glaube schon.« Erst jetzt bemerkte der Beamte, dass auf der Schachtel keine Adresse stand. »Was soll das? Warum hast du keine Adresse geschrieben?« »Ich kann nicht so gut schreiben«, entschuldigte sich Achimats und wurde knallrot. »Wir sind acht Kinder. Mein ältester Bruder ist im Kibbutz.« »Schon gut«, unterbrach ihn der Beamte und griff selbst nach einem Stift. »An wen geht das also?« »Rubber Souls, Samish, Amerika, Nummer 7«, flüsterte Achimats. »Rabbi, Sol, Samish, USA«, schrieb der Beamte auf das Paket und knurrte etwas von diesen amerikanischen Juden, die sogar ihre biblischen Vornamen abkürzen und statt »Solomon nur Sol« sagen. »Welche Stadt zum Teufel, welche Stadt?« »Herr Leicht hat gesagt, gegenüber vom Hauptpostamt.« »Das genügt nicht.« »Rabbi, Sols, Samish, Amerika, Nummer 7«, wiederholte Achimats tapfer. »Mir hat Herr Leicht nicht gesagt.« »Wirklich ein starkes Stück.« Der Beamte schüttelte den Kopf und vervollständigte die Adresse. »Postfach Nummer 7, Brooklyn, New York, USA.« »Wer ist der Absender?« »Herr Leicht.« »Wo wohnt Herr Leicht?« »Ich weiß nicht. Sein Geschäft ist auf dem Mugrabi-Square.« Als ich vor einigen Tagen wieder am Schuhgeschäft Leicht vorbeikam, winkte mich Herr Leicht in den Laden und zeigte mir stolz einen Brief von Rabbi Samish aus Hartford, Connecticut. Die falsche Brooklyner Adresse war offensichtlich von der findigen amerikanischen Post richtiggestellt worden. Rabbi Samish bedankte sich herzlich für das hübsche Geschenk, bemerkte jedoch, dass er im Allgemeinen neue Schuhe vorzöge und wenn möglich einen rechten und einen Linken gemeinsam. Im Übrigen hätte ihn die kleine Aufmerksamkeit, obwohl er sich seit jeher lebhaft für die zionistische Bewegung interessierte, doch ein wenig überrascht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017